Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Crash Bandicoot. Wir spielen jetzt Slipperly Clamp. Okay. Das sieht irgendwie voll cool aus. Wenn der so aus dem Bildschirm rauslevelgt sich weiter. Oh mein Gott, dieses Level sieht voll geil aus. Alter. Das fasziniert mich. Okay, wir kommen schon mal ohne hoch. Wee. 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 Oh. Hier scheint nichts zu sein. Wee. Wee. WTF, Alter. WTF, Alter. Hier, den Boden hier kriegen. Scheiße. Verdammt. Verdammt. Okay. Ja. Ja. Jetzt ist nochmal der Affe. Ja. Und dann. Ja. 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 Dann bin ich nehmt grad abgerutscht. Okay, VTF V-T-F V-T Too much Nid-Kompetenz hier schon wieder Es fängt ja schon wieder gut an Alle die ja die letzte Folge gesehen haben Wissen wie ich in diesem Luftlevel verzweifelt bin Hier fängt es jetzt schon wieder genauso an Wee 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 Scheiße Mann Wee 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 Zack Zack I Ich bewege mich einen Millimeter und falle weiter runter schon wie lange er braucht ich bin zu blöd alter ja natürlich ich drücke im richtigen moment eigentlich x zum springen aber aber er will nicht ich bin ich nur auf jetzt wasser So, wir sind wieder hier. So, wir sind weiter. Komm runter. Jetzt gehen wir hier rauf. Da muss ich wenigstens wieder ein Checkpoint. Checkpoint. Der war dämlich. Der war dämlich. Ich würde so runterfallen. Das haben wir jetzt auch geschafft. Und wir sind runtergefallen. Und wir sind noch mal runterge... Boah, Alter. Ich glaube, ich komme mit diesen 30 Minuten jetzt nicht mehr auf mehrere Folgen. Ich glaube, ich bin noch mal runtergefallen. Und ich kann ihn hier hin. Ah, es macht so viel Spass, hui Hey, hey Okay, dann können wir einfach rauf auf What the fuck Leu Äh Hui Alter, diese Bewegung So, das haben wir jetzt auch geschafft Alter Okay Nein Scheiße, Mann, ich wäre niemals auf den Vogel gekommen Jetzt sind wir hier unten wieder Egal, ich beruhige mich jetzt Ich habe jetzt angefangen wieder alte Folgen zu gucken, oder alte Serien Ich gucke gerade wieder Hotel Seku Kodi Wer das früher auch geguckt hat, kannst du in die Kommentare schreiben Wer es nicht kennt, guckt es euch definitiv an Äh, und wenn ihr wollt Schreibt in die Kommentare, welche alte Serien ich mir auch unbedingt mal wieder angucken soll So was wie Hotel Seku Kodi, Seku Kodi an Bord Äh Mehr fällt mir grad nicht ein Letzt ultimativer Schulwansinn, das ist auch noch eine alte Serie von damals Also Immer gerne in die Kommentare, dann weiß ich was ich jetzt gucken kann Das haben wir jetzt auch geschafft Bonus Level Also ja, wie gesagt Einfach sagen Ich hab mich grad ein bisschen verwirrt Ähm Das ist auf jeden Fall lustig, mal wieder zu gucken Ich bin so dämlich, Alter Ja Okay, es wird jetzt 100 Jahre dauern, bis ich dieses Bonus Level hinkriege, ja Ah Oh Ah 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 Ich krieg so richtig kotzen. Zurück verliert man im Bonuslevel kein Leben. Muuuunnnnnn. Mann, Alter! Ey! Ich geh richtig... kotzen. Ey! Ui! Ja, dreh dich ne Stunde. Ist okay. Sorry. Nein! Da war das Ziel! Ja! 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 Scheiße, Alter. Äh, Alter, ganz ehrlich, ich bin zu weit gesprungen. Ich hab's bisher nicht einmal geschafft, zu weit zu springen. Weil, wirklich, ihr habt ja die Videos gesehen, immer zu kurz. Ah, verdammt. Dieses Level ganz dunkel wäre irgendwie bestimmt voll cool. Es ist wirklich einfach komplett dunkel. Ich glaub, das mach ich mal. Entschuldigung, dass ich gerade lache, anfange zu lachen. Denn, ich hab mir jetzt angewohnt, mich nebenbei zu gucken. Ihr wisst ja, Crash Bandicoot. Hotel Second Code guck ich jetzt nebenbei, nämlich. Und da war die Aussage von dem einen, ja, ich kann alles reparieren. Oder Owen, oder die Aussage war, Owen kann alles. Scheiße, Mann. Owen kann alles reparieren, also der Hausmeister kann alles reparieren. Und das alles, meinte er dann, naja, bei einer Lasagne wird das schwer. Er kriegt das nicht hin mit dem Käse. Scheiße. Er war auf jeden Fall... lustig, Tiers. Kommt zurück? Ja, sehr gut. Ganz ehrlich, wie schnell muss ich denn bitte sein? Äh, lol, wo war ich denn? WTF, Alter. Mann, ey, vor allem, ich krieg ja eigentlich mehrere Akkumasten. Müsste ich da nicht eigentlich auch mehrere Leben haben damit? Okay. Du kriegst dieses Level einfach nicht hin ohne eine Akku-Akku-Maske. Und dann kannst du wirklich eigentlich sofort aufgeben, wenn du keine hast. Hey, scheiße, Mann. Hey, ich bin ein bisschen, bitte. Ja, ja, wir haben's geschafft. Alter, und die letzten Meter im Dunkeln. Alter. Puh. Darf erst mal was, was zu trinken, einen Schluck trinken. Für die ist interessiert. Ich trinke ausschließlich Wasser. Ehe, ähm, ähm, Jahres of Darkness. Ich will mir sagen, wenn ich ja schon wieder so ein dunkles, dunkles Level... level die hässliche spinne ist wieder da Alter Alter Pfeile so Und ein neues Leben Jawoll Oh Schock Dreh, dreh, dreh Und jetzt geht's wieder hoch Her, statt sie einen Stein machen, der Durch komplett trägt, nein Der war Der war glücklich Spinny, komm mal wieder Alter, Mann Richtig schöner Sprung Nein, Mann Dann Nicht, 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 nicht Ich bringe wie immer total bescheuert Mann Komm schon Ich möchte es jetzt hinkriegen Mann Die ganze Zeit kriege ich es hin Dass die Die Dings nicht explodiert Aber jetzt wo ich Akku, Akku habe Explodiert es Natürlich alter Wir haben es geschafft Wir sind weitergekommen Alter Alter Nein 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 Ihr scheiß Bledermäuse Na Mann ey Aber die Taktik war gut So komm So komm Okay Ich Ich hab Akku Assi alter Assi alter Richtig Assi Ganz ehrlich alter Ich Ich werde Gerade Zurückspringen So 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 So, ja, jetzt springen wir wieder zu kurz. Jetzt habe ich noch vier Leben. Ey, richtig geil. Das heißt, vor der nächsten Aufnahmesession darf ich wieder erstmal Leben tanken gehen. Aber na ja. Ich könnte halt auch einfach mal gut sein. Im Gegensatz so. Kack. Kack wie ich eigentlich wirklich hier bin die ganze Zeit. Ich fack es ja wirklich selber die ganze Zeit. Okay. Okay. Oh, Mann. Okay, los. So. Ist kaputt. Okay, wir haben einen Checkpoint. Oh Gott. Wohin bringst du uns? Alter, ist dieses Level-Bike vorbei? Warte. So. Äh, ich befürchte, ich komm... Okay, scheiße, da war nämlich doch irgendein Weg. Nein! Zwei Leben. Nein, Mann! Boah, Alter! Ey, fick dich! Ganz ehrlich, Alter! Ich hasse Kush-Bandicoat! Ey! Ey! Ey, ganz ehrlich, ey, ich raste hier... ...aus. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge. Wir werden bei Level neu starten, weitermachen beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis denn und ciao! ... ... ... ... ...